Coralia fördert Innovation in Griechenland. Die Organisation bringt Hightech-Cluster, Gründerzentren und Programme für unternehmerische Initiativen zusammen. Sie unterstützt lokale Unternehmen und Neugründungen beim Wachstum und dabei internationale Märkte zu erobern. Es gibt drei Hightech-Cluster. Die teilnehmenden Unternehmen haben über 500 Millionen Euro an privaten und ausländischen Investitionen aufgebracht. Coralia ist der wichtigste Impulsgeber für das lokale Unternehmertum. Hauptziel ist es, Unternehmen aller Größen, Universitäten, Forschungszentren, Business Angels und Finanzinstitute zusammenzubringen. Wir sind ein Cluster-Moderator. Wir bringen alle Akteure zusammen, damit sie zusammenarbeiten und ihre Unternehmen wachsen. Zu den unterstützten Gründerprogrammen gehört Startup. Es bietet jungen Existenzgründern die Möglichkeit, an Seminaren teilzunehmen und einen Mentor zu bekommen, der ihre Ideen und Pläne fördert. Meine Zukunft beginnt hier. Ich hatte nur eine ungefähre Idee davon, was ich machen wollte. Jetzt weiß ich besser, auf welche Aufgaben ich meine Energie und Zeit konzentrieren muss. Koralia unterstützt auch verschiedene Förderprogramme. Eines davon ist Eggenter Grow Go, der erfolgreichste Business Accelerator in Griechenland. Eine automatisierte, intelligente Anlage, mit der man Salat im Haus ohne Erde anbauen kann, ist eines der dort gegründeten Startups. Wir helfen dem Land, sich zu verändern, in Bezug auf hochqualifizierte Beschäftigung, neue Patente, Markennamen und gewerbliche Schutzrechte, zusammen mit neuen Produkten, neuen Dienstleistungen und neuen Synergien. Das Koralia-Projekt wurde von 2007 bis 2020 mit 36 Millionen Euro aus europäischen Mitteln gefördert. Samin ist eine der Erfolgsgeschichten von Koralia. Die Technologieplattform ermöglicht Jachthäfen den digitalen Wandel. Die App ermöglicht es, Bootsfahrern einen Liegeplatz zu reservieren. Sensoren liefern die Echtzeitdaten über freie Plätze in den Häfen. Wir kombinieren die Möglichkeit einer Liegeplatzreservierung über eine mobile App mit Technologien, die auf IoT und Cloud Computing beruhen. Wir planen, diese Innovation in ganz Griechenland sowie weltweit zu verbreiten. Koralia gehört zu den 15 besten EU-finanzierten Programmen in Europa und wurde für die jüngsten RegioStars Awards nominiert. Sprecher Untertitelung des ZDF, 2020